Also du musst dich schon ein bisschen kleiner machen, Bertha-Marie-Luise. Zieh mal dein Euter ein bisschen ein. Hallo Leute, heute ist ein aufregender Tag. Ich werde nämlich umziehen. Was? Du ziehst um? Hallo Jammerlappen. Ja, weißt du, alles wird neu. Aber wenn du umziehst, dann bist du ja weg. Wen soll ich denn dann besuchen kommen? Kein Problem, ich hab doch einen Nachmieter. Hallo, ich bin ein kleines Mädchen. Und ich bin der Nachmieter. Hallo kleines Mädchen, komm ruhig rein. Ich bin gerade am Packen. Oh Mann, ich bin ganz aufgeregt. Meine erste eigene Wohnung. Aber das ist doch nur eine Abstellkammer. Dann ist das eben meine erste eigene Abstellkammer. Was hast du denn da alles dabei? Meine Pferdeposter und meine Puppen. Willst du eine abhaben? Die sind echt lecker. Haselhörnchen, ich will dieses kleine Mädchen aber nicht dauernd besuchen. Ich möchte lieber bei dir bleiben. Das ist eine tolle Idee. Du ziehst einfach mit mir um. Dann sehen wir uns andauernd. Ja, wirklich? Wo ziehen wir denn hin? Hm, da hab ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich war ja so mit dem Packen beschäftigt. Oh nein, das ist ja schrecklich. Jetzt haben wir gar kein Zuhause mehr. Bis ihr was gefunden habt, könnt ihr ja bei mir wohnen. Ja, wo wohnst du denn, kleines Mädchen? Na hier, in der Abstellkammer. Ach nee, das wär nichts für mich. Da finden wir sicher was Besseres. Komm ja mal, Lappen. Wir gehen uns was suchen. Ja, und was wird aus deinen Sachen? Die kommen auch mit. Los, mir nach. Wir gehen. Hoppla. Bis nächste Woche haben wir sicher was gefunden.